Willkommen zu unserem großen Lieferdienste-Spezial. Heute gibt es gehobene mediterrane Küche. Ich fahre jetzt los, hol mir die 40 Punkte, wir sehen uns später. Roberts Spezialitäten kann man sich direkt auf den heimischen Esstisch liefern lassen. Es ist halt leider echt schief gegangen. Jetzt, wo ich probiert habe, bin ich nicht mehr deiner Meinung. Nein? Gerade wenn es um das Thema Feindining geht, stelle ich mir etwas Feines vor. Wer sagt denn, dass alles Feindining sein muss? Meine liebe Sona, ich finde das wirklich zu hart unter Kollegen.